so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute was unfassbar heute gibt es die passen gar nicht rein die cracker schweif raketen von funke sind so dieses jahr die einzigen funke raketen die mich angesprochen haben ja weiß ich nicht die anderen fand ich jetzt nicht so es gibt ja auch gute so ist es nicht letztes jahr die silber raketen waren krass aber ich will immer ich will nicht unbedingt immer wieder kaufen deswegen habe ich mich mal für die cracker schweif raketen entschieden ihr habt schon gerade gesehen 120 gramm verteilt auf fünf stück sechs stück das ist stark und ja die machen genau das was sie sagen und zwar crackling und ich freue mich auf die sahen im effekt video zwar jetzt nicht so stark aus aber es gibt da eine rakete die ist geisteskrank und ja wir gucken uns die mal an ich wünsche euch ganz viel spaß es ist wieder zeit leute funke raketen ihr liebt sie und ich liebe sie auch cracker regen gold cracker und silber cracker regen ist meines erachtens das beste deswegen fangen wir mal mit den schlechten an wir machen jede mal einzeln und dann noch alle zusammen silber cracker fangen wir wir machen wir an so haben wir jetzt die gold cracker das ist das was ich sage finde ich ein bisschen schwach finde ich ein bisschen schwach aber jetzt auf den moment habe ich so lange gewartet die aufmachung die will man eigentlich gar nicht zünden so schön sehen die aus krank so schön und jetzt alle da sind unsere helden der stunde das war's mit den cracker raketen ich meines erachtens leider nur eine kaufempfehlung für diese eine rakete die anderen sind nicht so gut okay aber nicht so mein geschmack aber danke fürs zusehen weiter